zwei von drei Pflanzen so ja jetzt komm, steh auf ich will das hier jetzt endlich beendet haben so, das hätten wir geschafft und eine Textnachricht wir sind im Gefängnis, aber bald sind wir wieder bei euch Beaverhausen kommt jeden Moment und kauft uns frei bevor wir erwischt wurden, haben wir seinen Truck geklaut typisch, typisch, typisch warum kann ich nicht mehr und ein Nachteil hat es auch, wenn man mit Bigfoot spielt man kann nicht einfach zwischen Switch und Nolly da muss man schon ja über den Dächern und muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, nein gleich was M oh nein, 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 ich kann zwar schon denken was wir machen müssen für den für den Transform komm schon, komm schon, komm schon äh oh ja das wird was Manual und oh der Topia Transfer wunderbar zieht anziehen freie Bahn, das brauchen wir noch dann können wir Bigfoot und äh sozusagen ja ähm äh in die Klasse schmieren Boah, Kiddy und juhu, freie Bahn yeah, geschafft und wir haben schon 325 Punkte das heißt, ich könnte jetzt eigentlich noch die restlichen Punkte holen und dann ähm ja fertig aber ich will mein Bestes geben und ja so ach, hier genau juhu acid drop okay kurz Anlauf nehmen aber nicht zu viel ops hopp wuhu und Skitopias Bein wunderbar gehen wir zu bam und zählen die Punkte zusammen nein, noch nicht ich will so viel wie möglich das bin ich euch wenigstens schuldig wenn ich schon nicht alle schaffe versuche einen acid drop oh warte mal Ziele anziehen war es nicht spin am Bomben und dann acid drop oh das wird heftig also ich hab's noch nicht ausprobiert aber ah nein Hilfe ich bin so weit rausgesprungen das ist heftig ah da ist ein Baum boom nein nicht wirklich ein Baum okay mit dem kann man nix anfangen aber vielleicht da oben was schon wieder das Bett ach Gott das darf echt nicht wahr sein nein da den Baum will ich boom so so und schwupp bitte bitte ja haha wunderbar okay das hat mir geschafft was nun oh ja Spielautomat 50.000 okay ich gucke jetzt mal mit Absicht nicht auf meine Punkte ich mach einfach das was ich am besten kann nein nicht schieben oder sonst was nein ich würde versuchen einfach kunderbundet Tricks zu machen in der Hoffnung sie sehen die Schüsse äh gut aus und wir helfen mir zum Sieg weil ich nicht weiß was ich davon schaust ich sage oh okay ich habe meine Punkte erreicht ich glaube ich habe ich habe ich habe Zeit kann von mir aus ablaufen ja es wird keine Rücksicht aufs Geburtwache genommen oh Skitchin okay 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 ah na klar will ich speichern ja okay 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 und und ja für 50 Punkte nein Toni nehmen wir nicht der Herr als so ich vorlieber mit meinem Skater weil 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 Baum was zum oh ja das habe ich auch komplett vergessen erstmal aufnehmen hopp hopp so downhill line funktioniert so wir müssen ein ein manual komplett bis nach unten machen und zwar die Straße entlang nein verdammt okay was ah ja 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 eins hier kann ich auf alle Fälle noch machen das ist hier gleich in der Nähe ich muss nur den Ort auswendig machen ja hier das ist klar so ich werde euch gleich zeigen wie Spine Transparent der alten Mine okay das ist hier das ist da beim Hund okay gut ähm nein das ist nicht gut das ist mörderisch okay 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 ich muss zu erbeinen aus das machen r geschafft nichtsdestotrotz habe ich es geschafft und wir haben schon die Hälfte der Punkte das finde ich ist in Ordnung was können wir noch machen oh ja statt das Feuerwerk das machen wir so ich würde hier schon mal in Brand setzen irgendwie hier hoch gelangen viel Zeit bleibt uns nicht das ist der Scheiß ach ach ja und dann müssen wir schnell in diese komischen Rakete grinden und ja dann machen wir das nächste einfache grind so dann schauen wir mal check out these sicker runs und see if you've got the skills to pull them off you might learn something ok Stromkabel Hüttenattacke wir über den Dächern das hab ich doch schon und Sprung vom Kabel ja 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 ok und weg ok markiere dein Gebet also doch wow sag mal wieviel wiege ich denn überhaupt das selbst da hat das ganze Wasser heiler Schwede ja ist ja gut jetzt ich glaube ich lass hier auch einige Ziele sausen weil wie gesagt ich will das Spiel endlich fertig haben und je mehr ich fertig bekomme desto mehr kann ich neue Projekte starten und auch die vollentwenden bei ich ganz ehrlich ja und 2 es war ein schönes und tolles Spiel meiner Meinung nach aber trotzdem äh da ich Skitbotspiele nicht kaum Spiele ist dies nicht gerade wirklich nicht so ich könnte auch noch ich muss was ich sagen vor allem die Steuerung lässt zu wünschen übrig und die Ziele zu machen obwohl vielleicht hier mein Skitbot muss ich Feuer fangen wow ja 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 komm 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 ja ha 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 geschafft gerade noch wow ok wunderbar ja ein langes Stromkabel ja ähm 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 ah ich glaube das ist dieses Kabel sicher bin ich nicht mehr nicht da aber trotzdem gibt es es trotzdem äh 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 ah lalala wat nie oder hey ich bin jetzt extra boah markiere die große Reklametafel dies ok ich denke mal das kann ich hinbekommen die die Reklametafel zu markieren oh god da muss ja Bigfoot schon wieder sein ok ist kein Problem ähm ich mache jetzt trotzdem erstmal die Reklametafel die ist ja gleich irgendwie hier oben spring spring so viel Spaß okay auch das hätten wir bravourös gemeistert ich bin zufrieden äh ja äh hallo aufstehen so hop juhu über den Becker bis jetzt auch fertig wir haben 615 Punkte das ist schon mal gut das ist sehr gut der Tag bricht wieder an hier ins Getopia markiere dein Gebiet ob ich hier alles bad finde egal ich schaue jetzt mal noch die leichten Ziele dass ich die wegbekomme genau die scheiß Bienenstöcke ähm hallo ich sag dir die drei Spielstöcke was 1 von 5 haben die noch einander klatschen ok Entschuldigung ja jetzt komm haltemal Profi Bergspitzenmanual mach einen langen vom Schulbus Bahnhof oben auf dem Hügel den ganzen ok nix downhill line downhill line ist ein bisschen heftiger ups wir trennen mal die Seiten weiter hügel ach man boah jetzt kommt steh auf hügel Schulbus Bahnhof ja von hier Geschwindigkeit sammeln ich sagte G-Schwindigkeit sammeln das wird doch nur ein ganz normales Manual nach unten machen ohne auf die Fresse zu fliegen boah ne hier ist nicht wahr Auto dumm boah so dumm um einen einzigen Manual zu machen ohne boah das gibt's doch nicht so Geschwindigkeit so Manual so zurück wieder vor vor genau zurück vor so 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 na 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 eh so 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 komm komm schon komm schon komm schon komm geht doch boah 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 alter Schwede das darf doch echt nicht wahr sein na ja wenigstens geschafft jetzt will ich mir mal die anderen Ziele anziehen Downhill Downhill ich mein Downhill das ist meiner Meinung nach einer der ja kommt drauf an schwierigsten oder miesesten dann so so so